Hallo und herzlich willkommen bei A La Frigo, der Kochshow von und mit George Wagner. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei A La Frigo, der Kochshow mit und von George Wagner und Team. Heute verwerten wir mal das Gewürz aus unserer Serie Nummer 1, aus der Folge Nummer 1. Und wir machen heute Seelachsfilet mit Sauron, Kartoffelsalat und Gurkensalat. Viel Spaß dabei, wir starten hier mit dem Kochen von den Kartoffeln. Ja, schauen wir mal, wie das geht. So, wir haben erstmal einen Topf, den Topf hier. Das ist der Topf für die Kartoffeln, da füllen wir jetzt mit Wasser rein. Und in dem Topf kochen wir jetzt erstmal die Kartoffeln. So, den Kartoffeltopf stellen wir mal auf den Herd. Sollten im Allgemeinen immer gut bedeckt sein mit Wasser. Kann man auch ein bisschen Salz reinmachen, wenn man möchte. Und nach 20 Minuten ungefähr sind die Kartoffeln durch. Dann kann man sie schälen. Als Kartoffeln für den Kartoffelsalat nehmen wir vorwiegend festkochende oder festkochende Kartoffeln her. Damit wir dann gleich sehen, warum. Damit die nicht so zerfallen, wenn wir die dann in den Salat reinschneiden. Deckel drauf und hier auf dem schönen Elektroherd, Gasherd, stellen wir uns mal später rein. Wir machen das heute mal auf dem Elektroherd und schauen erstmal, was da passiert. Und warten erstmal jetzt 20 Minuten ab. Und dann wäre gut, was dauer ich? Ich binotzdem so klein. Und dann wлейste runter. Ja, zwischenzeitlich haben wir die Gurken gehobelt und jetzt geht es weiter mit dem Gewürzanrichten. Wie ihr wisst, haben wir aus Episode 1 ein Fischgewürz hergestellt. Und dieses Fischgewürz, das werden wir jetzt ein bisschen in Szene setzen, mit ein bisschen Öl, welches wir dann mit dem Filet dann bestreichen werden. So, wir gehen jetzt hier mal hin, nehmen ein bisschen von unserem getrockneten Fischgewürz, geben das hier rein in dieses Behältnis hier. Alles brauchen wir nicht, das ist schön getrocknet. Wir haben es auch nochmal zerstoßen mit dem Stößel ein bisschen. Und dann nehmen wir hier entsprechend ein bisschen Olivenöl. So, das saugt es auch genüsslich auf. Wenn man da genau hinguckt, dann sieht man das, wie das praktisch von dem Gewürz aufgesaugt wird. Also nehmen wir noch ein bisschen mehr Öl her. Um das Ganze dann ein bisschen fluider zu gestalten. Man kann das genau sehen, dass das Ganze hier eine sehr gute streichfähige Konsistenz annimmt. Das kommt dann später auf diese Seelachsfilets. Die haben wir als TK Seelachsfilets gekauft, Tiefkühlseelachsfilets. Alles zum ordentlichen, günstigen Preis. Das heißt, wir haben einen günstigen Seelachs, günstige Gurke, günstiger Kartoffelsalat. Günstiger kann man essen für zwei, drei, vier, fünf Personen überhaupt nicht machen. So, wir nehmen jetzt mal die geschnittenen Zwiebel in die Schüssel, in der wir gleich die Kartoffeln hineinschneiden werden. So, jetzt geht's in den Kartoffelsalatproduktionsprozess, ein extrem magischer Moment. Denn hier passieren all die Dinge, die komplett neu sind. Die Kartoffel wird sozusagen in Scheiben für den Salat präpariert und gleichzeitig mit ein wenig Essig übergossen. Das gleiche, es muss warm sein, die Kartoffeln müssen, je heißer die Kartoffeln sind, desto besser ist es. Das heißt, wir haben hier ein wenig Essig zugegeben. In dem Fall haben wir einen Balsamico Bianco. Und wir werden jetzt gleich Sonnenblumenöl auch über die heiße Kartoffel gießen, die hier geschält wird und gleich in den Salat hinein geschnitten wird. So, das heißt, die wird jetzt geschnitten und über das Schneiden hinweg tröpfeln wir ein paar Tropfen Sonnenblumenöl, das kann auch guter sein, in den Salat hinein. So, jetzt sind wir fertig hier, die Schüssel ist voll und unser Kartoffelsalat wird jetzt noch ein bisschen durchgebeizt, gemischt und dann werden wir ihn probieren. So, jetzt haben wir den Kartoffelsalat fertig, wie ihr seht, einmal freies Zeugs, probieren wir jetzt mal. Also, nochmal, wir haben den Bianco Essig reingetan, wir haben den wunderbaren Sonnenblumenöl dazu gemacht, es suppt sehr gut durch unten. Ja, man sieht das vielleicht hier, ja, je länger der zieht, desto besser wird der natürlich, also man kann den auch morgen Abend essen. Aber, wir machen den ja zu unserem Fisch, den wir gleich kochen werden. Ich würde sagen, der Kartoffelsalat schmeckt gigantisch. So, jetzt haben wir hier unsere Fischfilets, unsere Tiefkühlfischfilets, die haben wir abgewaschen und entsprechend getrocknet mit einem Tuch. Jetzt haben wir sie dann praktisch gebeizt in unserem Fischgewürz eingelegt und jetzt kommt das Ganze in die Pfanne hinein. Wir nehmen jetzt unsere Fischfilets her und legen sie vorsichtig in die Pfanne, denn wir wollen ja, dass die noch ein bisschen was aushalten, wenn sie jetzt gebraten werden. Bei mittlerer Hitze werden wir diese wunderbaren Fische einfach mal in die richtige Form bringen, sodass sie uns dann auch als ganzer Fisch erhalten bleiben. So, wir hören schon blubbern, es braucht nicht allzu lange, ich denke mal, dass das Ding gefroren ist, drei Minuten bis sieben Minuten. Je nachdem, wie viel Hitze, das wir da drin haben, durch sind. Wir versuchen die jetzt nicht knusprig zu machen, sondern so, dass sie nicht zerfallen, aber trotzdem schmackhaft bleiben. Das sind die Z Scottflog, das ist ein bisschen zu machen. Also, ich habe ganz gut, dass die Z carriere Z carriere, die Z carriere laufen, sondern so, dass die Z carriere, die Z carriere dann auch, dass sie nicht zerrissen und manche liegen. So, dann haben wir mal unsere Seelachsfilet, die legen wir jetzt so gut wie es genau geht auf die Teller hier drauf, damit wir hier einiges dann noch ordentlich gegessen kriegen. Dann schauen wir mal wie der schmeckt, so ist es fein, ok. So, jetzt haben wir hier unseren gebratenen Seelachsfilet mit dem Fischgewürz aus Episode 1, schmeckt deliziös, der Kartoffelsalat unglaublich und der Wirkensalat natürlich mit Dill, bisschen Essig, bisschen Salz, bisschen Pfeffer, bisschen Öl, reicht aus. Dazu haben wir noch ein bisschen Zitrone, wenn man jetzt auf den Fisch haben möchte und natürlich eine kleine, angenehme Getränkeauswahl. In dem Fall würden wir für solche Fischsorten empfehlen, jetzt nicht zu kalt das Getränk jetzt wie, wie Andele de Mer oder sowas oder ein Bordoguer Classic in Weiß. Nein, wir nehmen einen Sauvignon Blanc oder halt dann etwas, was so in die 10, 11 Grad getrunken werden kann. Kann auch ein Chardonnay sein, aber Sauvignon Blanc hat ein bisschen mehr Feinheit für dieses Essen hier. Probiert es aus, es ist nicht teuer, alles was ihr hier seht kostet nicht mehr als 20 Euro für mindestens 3, 4, 5 Personen ausreichend. Viel Spaß beim Essen, schreibt uns wie es geschmeckt hat und wir freuen uns auf die nächste Sendung, wenn es wieder heißt A La Frigo, vorne mit Frau Sparger und seinem Team. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal, Daumen hoch, wir freuen uns. Ciao, ciao. Musik 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 Musik